Hallo ihr Lieben, ich bin es wieder, euer Herr Schuhu. Heute habe ich wieder eine Idee dabei, da könnt ihr ein eigenes Spiel basteln. Es geht darum, gut zu schauen, schnell zu sein und ihr braucht ein bisschen Fingerfertigkeit. Ich wünsche euch viel Spaß damit, macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Herr Schuhu. Nun kann das Spiel starten. Als allererstes wird die erste Karte vom Stapel aufgedeckt. Ist die Karte aufgedeckt, beginnen Spieler A und B gleichzeitig, die drei passenden Münzen aus ihren Schalen herauszusuchen. Der Spieler, der als erstes alle drei passenden Münzen gefunden hat, ruft laut, Stopp! Und hat diese Runde für sich gewonnen. Nun werden die herausgesuchten Münzen wieder in den Schalen verteilt. Die nächste Karte wird aufgedeckt. Wieder beginnen beide Spieler gleichzeitig, die passenden Münzen aus den Schalen herauszusuchen. Das Spiel endet, wenn alle Karten gespielt wurden. Gewonnen hat der Spieler mit den meisten Punkten. Viel Spaß beim Ausprobieren!